Wir sind an diesen Ort gekommen und haben uns weggeschlossen, damit niemand wissen würde, was wir sind. Jedes Geräusch, das das Haus macht, höre ich. Sie werden nicht mehr länger warten. Glaubst du, dass zwei Menschen etwas tun können, das so unnatürlich ist, dass es einen großen Schandfleck hinterlässt? Den sie an ihre Kinder weitergeben und an ihre Kindeskinder? Sag es und mach uns wieder sicher. Dieses Haus spricht zu uns. Es gehört uns und wir gehören ihnen. Lass sie an deinen Feuern. Sie kommen. Lass sie an deinen Feuern. Lass sie an deinen Feuern. Ich bleibe nicht und werde wie sie. Ich weiß, wie du bist. Du und deine Familie. Und du denkst, dass ich nicht weiß, was im Haus vor sich geht. Es gibt keinen Namen, für was wir sind.